Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, aufstellen, Sanko, zweite VR, und den BVB wartet gegen Tottenham eine knifflige Aufgabe Urheberrecht Sport 1 Montage, Getty Images, Imago 13. Februar 2019 11.27 Uhr das erste von drei deutsch-englischen Duellen in der Champions League steht an, Tottenham trifft auf Borussia Dortmund. Sport 1 vergleicht beide Teams im Head-to-Head. Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund, das erste von drei deutsch-englischen Duellen im Achtelfinale der Champions League legt los. Beide Teams kämpfen mit Verletzungen von Schlüsselspielern, vor allem der BVB muss einige Stars ersetzen. Sport 1 vergleicht beide Teams im Head-to-Head. Getty Images